Hallo zusammen, ich bin Jeremy Scherer. Ich mache hier die Lehre als Koch im Vrienisberg. Heute zeigt mir mein Alltag, kommt doch mit! Meine Haupttätigkeit sind unter anderem Birchermüsli zubereiten, Salat abfüllen und Dessert machen. Ich schätze hier, dass ich geregelte Arbeitszeiten habe, keine Zimmerstunde und dass einfach alles läuft. Die Hierarchie bei uns ist sehr flach, weil man merkt es daran, egal ob Chef oder Mitarbeiter, man ist mit jedem per Du. In unserem Team schätze ich sehr, dass wir immer zueinander schauen und dass es sehr familiär ist. Wer hier bei uns anfangen möchte, sollte auf jeden Fall sympathisch sein, gut geläunt und mit Stress umgehen können. Was ich mega cool finde hier ist, dass wir die Lehrmittel gezahlt werden. Ich habe schon bei Lehrbeginn viel Verantwortung bekommen, indem ich den Leuten das Essen rausgeben darf. Was ich hier sehr schätze, ist, dass ich einmal im Monat einen Tag zur Verfügung habe, wo ich einfach kochen kann, was ich will. So, das war mein Alltag hier als Koch im Vrienisberg. Falls es dir gefallen, schickt doch eine Bewerbung, es würde mich mega freuen. Tschüss!